Das Holländer Kaninchen ist eine kleine Kaninchenrasse mit einem Gewicht von 2,5 bis 3,25 Kilogramm. Aussehen Das Holländer Kaninchen ist eine Scheckenrasse mit sehr regelmäßiger, symmetrischer Zeichnung. Die Kopfzeichnung besteht aus den beiden Kopfplatten, die von den ebenfalls gefärbten Ohren ausgehend die Nase einfassen und die Augen breit umfassend in guter Rundung um die Backen bis zum Genick verlaufen. Ohne dabei in die Spürhaare zu laufen, die durch die Kopfzeichnung entstehende Blässe endet spitz vor den Ohren. Die Rumpfzeichnung umfasst den hinteren Körperteil als scharf abgegrenzter Ring in der Mitte des Körpers auch Bau. Die Hinterläufe sind nur bis etwa zur Mitte zwischen Sprunggelenk und Zehen gefärbt, der Rest des Fußes bildet die sogenannten Manschetten. Das Holländer Kaninchen ist in allen reinen Farben einschließlich der Japaner Farbe zugelassen. Genetisch beruht die Zeichnung des Holländer Kaninchens auf der sogenannten Platten- oder Gürtelscheckung. Die entsprechende Mutation bewirkt, dass während der Embryonalentwicklung in der Neuralleiste durch oberflächliche Defekte die Bildung von Melanoblasten in unterschiedlichem Ausmaß unterbleibt, die ansonsten den Blutgefäßen folgend in die Hautflächen und damit die Haarwurzeln einwandern und dort als Melanozyten die Pigmentbildung durchführen. In der Erbformel wird dieser Faktor in durch S bzw. S für Nichtscheckung und die Ud und die Uw für das unterschiedliche Ausmaß der Scheckung angeben. Zu beachten ist dabei, dass die Nummerierung der Plattenscheckungsfaktoren nicht einzelnen, sich summierenden Genen entspricht, sondern unterschiedlichen Mutationsstufen des Faktors entspricht Geschichte der Rasse. Kaninchen mit der Zeichnung der heutigen Holländer Kaninchen sind bereits seit mehreren Jahrhunderten bekannt. Darstellungen solcher Kaninchen finden sich auf historischen Gemälden. Zu den ältesten sind das Bild Frettchen und Kaninchen von Henslein von Hagenau und Anbetung des Heiligen Kindes von Toro zu zählen. Auch im Erdteilzyklus des Malers Jan van Kessel findet sich ein fast standardgerecht gezeichnetes Holländer Kaninchen. Auch die in den heutigen Niederlanden und Belgien fehlgezüchteten und als Schlachttiere nach Großbritannien exportierten Brabanter Kaninchen, zeigten die Plattenscheckung in verschiedenem Umfang. Die Zucht der Rasse zur heute üblichen Form erfolgte aus solchen Brabanter Kaninchen in Großbritannien. Von wo aus das Holländer Kaninchen dann zurück auf den Kontinent gelangte? Joppich beschreibt, dass die ersten aus England nach Deutschland importierten Tiere noch etwas weniger Zeichnung als die heute Bekannten hatten. Nach Deutschland gelangten die Holländer Kaninchen Joppich zufolge Anfang der 1880er Jahre. Auf Ausstellungen wurden sie 1891 in Chemnitz erstmals vorgestellt und im Standard von 1898 beschrieben. Seither sind sie, wenn auch mit einer zunehmenden Zahl von Farbenschlägen, in fast unveränderter Form weitergezüchtet worden. Ähnliche Rassen In ihrer Zeichnung sind die Holländer Kaninchen einzigartig unter den Kaninchenrassen. Ähnliche Plattenscheckungen findet man auch bei anderen Haustieren. So sind Hausmeerschweinchen sehr häufig mit einer dem Holländer Kaninchen ähnelnden Zeichnung zu sehen. Aufgrund seiner markanten Zeichnung ist das Holländer Kaninchen das Wappentier zahlreicher Kaninchenzüchtervereine und Verbände. Passend ehrweise auch das des Niederländischen Kaninchenzüchterbundes.